Hochverehrtes Bündnis, sehr verehrte Gäste des Weiflingabends, als Gäste um nach der Hause, haben wir uns die grösste Situation bis jetzt aufgespannt. Es ist nicht einer der besten Artisten der Welt. Nein, es sind zwei Star-Akrobaten am hoch und in der Luft. Liebes Hobbyloch und Kinder jeden Alters, Augen auf und schenken Sie uns einen großen Applaus für die beiden Stars der Malaysia. 4-0! 3-0! 2-0! 1-2-1! 1-2-1! 1-3-1! 2-3! 1-2-1! 1-3-4! 2-1-4! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Nice. Nice. Thank you. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.